Kampferloch! Der Louis, der ist der Willi! Kinder, das wäre famos! Der Louis, der ist der Willi! Kinder, da wäre was los! Ich bin nicht der Texas-Willi! Nee, ich bin doch Kölsch und Willi! Und ich habe nen Dick für die Jets-Musik! Bop-a-dee-doo, bop-a-dee-doo, bop-a-dee-bop-a-dee-doo! Bop-a-dee-bop-a-dee-doo! Okay... Oh! Diffelstrape! Here we are now. What are we looking for? Sex, Daddy. That'll do, Audrey. Dad, that's German for six. Is that true, honey? Guten Tag. Uh, my family and I are looking for sex. Frequent! Hey, Dad, there's number six. Fritz! Fritz! Clark Griswold! How are you? Good to see you! Remember Ellen from her letters? There she is, the real thing. And Rusty and Audrey... Audrey, Audrey. They've gotten a lot bigger since the pictures. Sorry, we're late. I went to the wrong door. Thanks so much for the invitation. Helga! Helga! Honey, this must be the German dining room. Huh? Isn't it nice? Oh, Clark, it's just as I imagined. It's so quaint. Yeah. Maximum quaintness. Ah! You must be Helga. I... We made it. You know Ellen, my wife, and Rusty and Audrey? Hi. Helga! Oh! We're here. Let me give you a hand in the kitchen. Come on, kids. Yeah, come on. Kids, go help in the kitchen. Help Helga out. So, Fritz. How you been? Long time never seen. Oh, God. Look at this. Oh! I'm the one who loves me! Oh! Oh! I've never had any children. Oh! 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 And here's your cousin Al. He's a hot-shot lawyer now. They'll probably get him on tax evasion. Oh, yeah, and here's the baby. You don't believe that cock-and-bull story about the baby being premature, do you? Cleric. I didn't think so. I mean, when me and Jack got together, we'd both been, like, well, you know, seeing other people. But, like, this is different, because, like, Debbie's my best friend and all, don't you think? Oh, God, it's so good to have somebody to talk to. I mean, my parents mean well and all, but I try and tell them stuff, and they just don't seem to know what I'm talking about. What are you talking about, hon? You see? God, I miss Jack. You know, I was just thinking, honey, blood really is thicker than water. It's amazing to me how family ties break through the language barrier. Oh, Sparky. This has been my favorite part of the trip. Hey, Dad, look! Bedpans! You've really been so sweet. Now, here's our address, and when you come to Chicago, you come and stay with us. Okay. I'll be the same. 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 We'll write. Bye. Bye. See you later. Bye. Wer zum Teufel waren die Leute? Ich weiß es doch nicht. Schön war die Zeit. So schön. Schön war die Zeit. Er gibt mir 10 Mark Taschengeld und sag, kauf dir die ganze Welt. Na, ist das nicht schön. Dafür kriegt sie gleich einen Schock, schiel ich nach einem Minirock. Na, ist das nicht schön. Doch nachts in unserem Himmel weg, dann sind wir wieder lieb und nett und geben Ruhe. Dann rücken wir erstmal ganz dicht und machen wie das Schummerlicht. I love you. Doch manchmal fliegen Teller und auch Töpfe durch die Bude, dass es nur so kracht. Am nächsten Tag, da kaufen wir dann neue, weil das Kaufeln so viel Freude macht. Fast täglich kommt er früh um vier auf Socken durch die Korridortür. Na, ist das nicht schön. Dann steht sie mit dem Besen da und schlägt da mit nach dem Papa. Na, ist das nicht schön. Doch nachts in unserem Himmel weg, da sind wir wieder lieb und nett und geben Ruhe. Dann machen wir's genau wie sie. Wie sie und sie. Und auch wie sie. I love you. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020